Was ist denn? Da war nur ein Holz in der Mauer reingestellt und hat es aufgewertet. Ah ok, das kann noch von mir gewesen sein. Beziehungsweise unter der Stiege ist immer nur Holz drinnen unter der Veranda. Nein, nein, das war mitten in der Veranda. Ah ok. Dritter Block von unten oder so. Ah, was ich finde. Keine Ahnung, ich glaube das war kaputtes Fenster, das wir ausgetauscht haben. Ja, den haben wir noch nie. Und schon entwoher geküsstet. So, die Morte hat auch ganz schön was abgekriegt. Ja. So, schauen wir mal. Links, rechts des Weges. Kommt keiner. Gut. Ja, ich werde dann bei Gelegenheit einmal ein paar Bilder holen. So. Das ist auch wirklich ein Pfadehaken. Mhm. Der Geier. Das dreht schon wieder viel länger als ich glaubte. Viel zu lange. Was? Neues. Neues Kills und ohne Werkzeug. Und schon wieder in meiner. Hast du noch welche? Zwei habe ich noch. Ok. So, dann legen wir erstmal die da raus. Dann bauen wir da gleich wieder die nächsten zehn Stück. Können wir fertigen. Spikes. Mhm. So. Das ist zumindest direkt unter uns. Ja. Alles voll ist mit Spikes. Stimmt. Ich werde auch gleich wieder nacharbeiten. Oh, ich kann 20. 15. 15. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Hast du außen einen Ringen schon? Noch nicht ganz fertig. Aber dann würde ich jetzt machen, ich habe welche gemacht. Also mehr wie zwei dann nicht mehr. Der Rest hast du dann überbleibt der Ringen. Okay. Und wer wird zwei... Ach, da steht einer hinter der Tür. Ja, zwei rein und dann was. Wir kriegen das sonst dringend nach oben. Komm schon her, Lady. Dich habe ich gehört. Ja, komm in meine Richtung. Ja, wird denn das heute noch was? Okay, sie geht schon. Na, dann gehst du halt. So. So, ich bin wieder Hundert. Wo? Wo? Wo sind die Weiber? Ach, da. Ja. Sicherheitshalber draufhauen. Nein, brauche ich nicht mehr. So, die Steinachs, die suche ich nicht mehr. Hm, lecker. Ich glaube, das war Fischdose. Das ist die letzte. Das wäre der Steinexte, würde ich dann mal nehmen. Ja. Gleich. Ja. So, dann machen wir gleich Steinexte. Gut, und weiter geht's mit den Spikes. Ach, die dämliche Nuss hat das zerliegt. So. Davon ist auch was. Alles ruhig. Alles ruhig. So. So. Hmm. Ach. So. Reparieren. Schauen wir mal, was geht noch an Spikes. Sieben. Die mache ich gleich. Und werde mir aber gleich wieder Holz beschaffen. So, ich würde nur mal kommen, wenn ich die steinnexte. Extra, ja. Und da draußen könnte ich ca. noch 5, 6 Spikes brauchen. Ich mache das, ich höre gerade welche. Geht's? Ja. Ich kann da 20 rausschmessen. Ja. Passt. So, dann die Spikes. Ja. Hopp. Genommen. Ja, dankeschön. Ähm, gut. Dann lassen wir hier draußen nur 2 Reihen und innen den Rest. Ja, genau. Hier wird's keine mehr. Okay. Mach ich, Chefe. Das reiche ich mit 2 Reihen, weil sonst schaffen wir das, erinnern nicht mehr. Ja. Und um die Säulen und so sollten auch welche stehen. Ja, stimmt. Gut. Ich habe jetzt die 2 Reihen rundherum. Ich werde weiter Holz sammeln gehen. Mhm. Ähm. Ja, aber da oben da ist schön. So, brauchen wir irgendwo nur Fleckstones. Na. Ist alles, äh, dicht. Nehme ich an, ja. Ich zeig kurz zum Schauen. Ich baue nur Bogen ab. Okay. Was, du werkst noch im Haus? Ja. Okay. Ich habe ja gesagt. Habe ich gesehen, wir haben hier vorbeigegangen. Kein Problem. Gehört sie aber nicht hin. Die Achse. Äh. Hm? Schmürz. Achso, jetzt verstehe ich es jetzt. Ja. Gut. Die letzten Blöcke. Sehr gut. Nein, nein, ich mag nur. Was füllen uns dann die Wutzparks? Naja, ich bin am Holzfarmen. Und dann geht's schon. Der eine Baum noch. Und ich komme dann schon. Na. Gut, ich komme dann mal rein. Und beginne mit den Spikes. Wenn du fertig bist, äh, gehst du dann noch Holzfarmen? Ja, ja. So. So. Das Mokro steht immer am Boden auf. Ja, bei mir senkt sich der Mikrofon galgen da immer ab und zu. Wow. Okay, ähm, wo soll ich beginnen? Unter der Base. Ja. Also unter dem, wo wir Schmelzofren uns haben. Okay. So. Das Mokro steht immer am Boden. So, wenn man halt fliegt hier dann mal. Hm. Bisschen Holz brauchen wir ja zum Zwischentuch aufwerten, ne? Ja. Ja. Falls sie irgendwo durchschlagen oder so. Bei der Decke. Und für Reparaturen brauchen wir dann auch ein bisschen. Mhm. Ja gut, das können wir im schlimmsten Fall ja farmen, dass einer repariert und einer farmt hat halt. Ja, genau. So. Oh, weit bin ich nicht gekommen mit den paar Spikes. Hm. Das ist fast Ressourcen, aber es ist irre. Die Spikes sind der Wahnsinn. Den Bootlock weniger. Naja, das war mir ein Holz-Ausbike. Ja, soll es zwar sein. Jetzt verprogst. Zehn Holz. Oder? Zehn, ne? Mehr. Ja. Hm. So. Du kannst gerne schon gehen. Ich mach den Rest. Flächig wird sich nicht mehr ausgehen. Ich werde einfach außen... Da um die Sollen und so. Mhm. Und auf alle Fälle da um die Sollen. Ja. So. So. Ja. So. Wo bauen wir denn? Da bauen wir ab. So. Ja. Vier. Heiße. Vier. Ist so. Mag so sein. Oh, jetzt habe ich... Hast du einen am Arsch? Keine Zeit für euch. Ah, da ist es. Oh. Ja. Geh weiter. So, jetzt wird das einstellen, dass ich Holzstacheln fertige, fertigen. 13 Stück sind wieder in Arbeit. Okay. So, am nächsten bauen. Ich mache das jetzt noch bis 20 Uhr und dann komme ich rein und stelle die letzten auf. Okay. Ich komme dann hier auch kurz raus, auch noch Holz holen. So, das war es mit meinem Holz. Holzi. Gut. Ja, ich sehe den Baum fallen. Ich komme in deine Richtung, nicht erschrecken, ja. Ist okay. So, dann wird man den da fertig. Da sind wir ja gerade gestört worden. Hm. Wow. Ich sehe dich nur wie ein Wiesel flitzen. Hoppala. Denen wir mal mit, sind wir versteckt. Was ist? Ja. Okay, wir erstellen keine Woodspucks mehr. Dann gleich die nächsten rein. Noch einmal 12 Stück. Hm. Was ist denn da raus? Ich habe keine Axt mehr. Gut. Ich habe keine Axt mehr. Gut. 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 Reicht So So, dann können wir wieder welche erstellen. Acht Stücke, diesmal Oh, Geier bei uns im Haus. Das kann jetzt echt nicht wohl sein. Doch, ist so. So, den da nehme ich auch noch mit. Ich schleiche um den Baum mit der Hoffnung, dass er mich nicht zieht. Er greift aber, er ist beim Angriff nicht allzu gut. Aha. Du, ich bin in der Verteidigung nicht so gut, ja. Nein, du musst ihn nicht verteidigen. Du läufst einfach weg mit einem Richtungswechsel. Und er braucht immer wie so eine Art Anlauf, einen Angriff. Mhm. Du, ich gehe dann mal nach innen. Ja. Ah, er hat mich gesehen. Ich lauf mal ums Haus. Alles klar. So, 1945 ist unser letzter Baum, den wir da mitnehmen. Damit haben wir ein bisschen Reserveholz. Nicht viel. Aber zumindest etwas. Der stimmt sich schon auf die Nacht ein, der Hund. Der sagt ja... Die Steinachs ist auch wieder durch. Kommt dann läuft. Ich bin im Haus, wollte ich sagen. Dabei habe ich, ja... Wir haben kein Dach. Stimmt, ja. Du musst schon rauf hoch. Ich setze noch meine letzten 11 Spikes. Mhm. So, ich komme da rein. Setze da innen. Frames, wo wir raufkommen. Ja. Ich glaube, raus will ich dann nicht mehr. So, jetzt muss ich schauen, dass ich da innen den Frames reinhöre. So. Gut, wo geht's rauf? Da geht's rauf. Ich habe noch nichts gesetzt. Ja, ich setze schon. Da geht's rauf. Hm. Dann kommen wir unsere Säulen. Ich habe keine Specs noch. Ja, eben welche. Gut. Und... Die Nacht wird rot. Kann ich mir noch Eras machen? Ja. So. So. Halt sie aus. Ich gehe trotzdem mal kurz ausräumen. Mich stärken. So. Das laden wir da rein. Ja, das ist es. Die Kohle, siehst du, die kann ich auch gleich da hernehmen. Passt. Passt. Soll ich rein... Achso, ich habe nichts zum reinladen. Doch, ich kann die Kohle nehmen. Ich lade da mal das Eisen und den Klee rein einfach, weil die kommen ja sowieso alle. Okay. So, ich habe ebenfalls alle verbraucht. Mhm. Aber unter uns ist es jetzt ziemlich zu. Es fehlen nur einzelne Blöcke. Die Säulen sind gut geschützt. Okay. Kann ich da was dazu schmeißen? Nee. Gut. Dann werden wir sich noch kurz stärken. Ausräumen. Das sehe ich nicht mehr. Sehr fein. Star. Okay. Das kann ich auch hier dazu geben. Thunfisch habe ich gefunden. Eine Dose, ne? Bitte, die lassen wir mal. Das räume ich aus. Hm. So, die kommt da runter. 130 Pfeile habe. 82. Ich habe kein Holz mehr, aber mach nichts. Soll ich da rausgeben? Hm. Dass du zumindest 100 da hast. Okay, ja kannst. Die werde ich noch reinstopfen. Ob das unten rein klickt? Mhm. Was habe ich da noch? Das gehört da hin. Das gehört da hin. Das ist da. So. So viel Holz. Kannst du unten schon rein? Ja. Hast du das Holz oder was? Oh, danke schön. Im Lagerfeuer ist auch Holz drinnen, aber das lassen wir doch rein. Achso. Gut. Dann stärken. Ja. Snowberries, das Champions Frühstück. Die habe ich vorhin schon. Ich nehme mir ein paar Yucca-Fruits. Ja. Das haben wir gesammelt. Mhm. So. Die leeren Gläser kannst du mir dann auch reinschmeißen gleich. Mhm. Die Saat nehme ich wieder mit. Ein paar Mal auspflanzen. Siehst, ich nehme mir die Kerzen raus mit. Die werde ich auch anbringen. Mhm. Mhm. Leere Gläser habe ich noch nicht. Okay. Aber wird noch. Jam, jam. Halb zehn. Mhm. Gleich geht's los. Also auf hundert Prozent. Ja, ja. Damit wir dann nicht aufstehen müssen oder Bier holen, wenn das Spektakel beginnt. Zwanzig habe ich rausgenommen. Mit zwölf habe ich mir jetzt da vom ganzen Tag, wo sie verbraucht hat. Ich auch. Und halt die vier Schneebären. Die kann ich aber erst wieder am nächsten Tag nehmen. Zweimal Gläser. Okay. Dann lege ich die 13 da wieder rein. Da werden wir drei behaupten. Die zehn gehen wir wieder rein. So. Leere Gläser sind drin. Verbannt haben wir hier rosten. Sogar zwei Stück. Falls wir fluten. Ja. Passt. Ah ja, und die ersten Schmelze, haben wir gesagt, drehen wir auf. Die läuft. Ah, die läuft schon. Okay, super, danke. Ich schmelze das Eisen rein und den Clay. Okay. Ja, perfekt. Perfekt. So. Da haben wir eh nichts zu machen momentan. Gut. Ja. Irgendwo noch Kerzen anbringen, dass wir mehr sehen. Ja. Ende dieser Folge. Stimmt. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Dreht's auf in der nächsten Folge bei der ersten Horden Nacht. Bis dahin. Happy Gaming. Ciao, ciao. Bye.